recht herzlich willkommen zur 123 folge von city skylines ja wir müssen hier schauen dass wir irgendwie zu der stelle kommen wo wir die autobahn weiter bauen müssen und das ist hier unten da ist es so jetzt müssen wir diese spur da langziehen und da hinten mit verbinden dafür müssen wir gucken dass wir das soweit bauen und dass das funktioniert wir gehen erstmal auf straße autobahn ruhig schon mit der schutzmann bauen umstellen hier auf so schick daneben her so und hier müssen wir jetzt auch kommen so und darüber macht sofort so menschig wo will ich gar nicht haben weil dann runter wieder und ein bisschen gebogen und ist dahin und dann geht das aber würde sogar darauf gehen da irgendwo ging es gerade eben ja da muss noch mal gucken müssen wir jetzt schauen dass wir in der umleitung machen und dem sinne dass der verkehr dann nicht mehr lang kann eigentlich nur diese straße gerade trennen machen hier eine abfahrt erstmal noch gerade hin knapp so da ankommt die auffahrt findet auf der anderen straßen seite statt so ziemlich nah dran und dann irgendwann drauf genauso so dann kann die bahn schon sozusagen bis hierhin benutzt werden und da entfährt noch nicht der erste drauf ich wollte gerade sagen da fährt schon erste dem ist aber nicht so ja gucken wie es weitergehen kann so drauf haben können die hier das würde bedeuten müssen das jetzt hier verändern könnte man hier eine spur neben bauen die dann da drauf geht ja würde gehen machen wir mal und der verkehr geht hier lang dann so dann würde das bedeuten der verkehr kann auch darüber wieder fließen wenn wir jetzt den straßenfluss erhalten wollen so und dann ist es gesagt dieses stück weg wenn wir jetzt da lang noch fährt der fährt da lang machen sie ja auch ohne ende haben sie ja kein problem mit so und dann wäre das jetzt so zu machen so damit ist diese kreuzung erledigt ohne probleme dann kommt das abreißwerkzeug und sobald hier die möglichkeit besteht das wegzumachen wenn da keiner mehr abbiegt so drei autos noch und tschüss so jetzt müssen sie sich einen anderen weg suchen jetzt haben wir das abgerissen so damit ist diese autobahn jetzt eingeweiht und da fahren sie auch schon da lang haben also den weg ganz schnell gefunden gut und hier bekommen noch keiner da sind die ersten jetzt auch drauf warnt wahrscheinlich haben die jetzt gemerkt hier ist ein umweg einfacher ist hier lang zu fahren wollen wir hoffen ja hier müsste man eigentlich sagen ihr fahrt nicht mehr da lang es müsste jetzt geguckt werden dass der rückstau sich hier auflöst er ist ja doch schon eine ganz schöne ecke auf der bahn das würde eigentlich bedeuten dass ich diese abfahrt nur weg mache weil wer da hin will der kann auch da runter fahren so ist das wohl ja dafür müssen wir dann dieses stück abreißen hm noch ist das aber voll befahren will ich jetzt auch nicht so abreißen wenn die da runter fahren ist ja auch doof oder also es gibt genug die jetzt auch hier wo lang fahren da der lkw zum beispiel der fährt jetzt hier lang die meisten fahren hier aber durch den ort durch diese straße hier wollen wir schon behalten denke ich aber diese abfahrt ist es die wir nicht mehr haben wollen ja das ist jetzt dann irgendwie zwar nur so zu lösen dass ich es jetzt machen weil der rückstau ist einfach zu groß der löst sich jetzt auch nicht auf zack weg jetzt waren die woanders wenn lang der stau löst sich jetzt auf dann gleich und weg auch schon weg auch weg 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 und weg so jetzt haben wir hier eine sechsspurige straße können wir dann gleich umbauen können wir die so hin können wir das mal upgraden werden ich glaube das könnte man so oder so machen weil die Fahrzeuge fahren ja weiter damit ist linkser biegen wieder erlaubt zurückfahren ist auch erlaubt ich weiß nicht wo die jetzt hinfahren dass die da umdrehen aber ist halt so kann man hier nicht machen wohl nicht upgraden ist nicht möglich hier keine ahnung warum ist halt so da ist eine schöne straße jetzt hier gibt es auch nicht so einen rückstau wie eben bei der abfahrt da fließt der verkehr doch bei weitem besser wer hier ins gebiet will der kann da runterfahren und wir haben jetzt hier nur einen stau noch stehen die wollen jetzt alle da auf die autobahn vielleicht machen wir die autobahnen auffahrt auch hier rein das geht ja auch oder das muss man die nur so machen na dann wird schlecht gewählt die strecke da reißen wir nochmal etwas weg so dann noch ein neues und dann schön lang da drauf so dann können die ab der kreuzung da auch drauf fahren weil ich ja mal so oder so schon eine kreuzung gucken wie weit sich das entzerrt ich weiß ich nicht irgendwann kriegen sie schon mit dass eine auffahrt ist so aber bis jetzt noch keiner und hier ist der rückstau noch zu groß naja irgendwann wird wer schon merken dass man da reinfahren kann ne die Bushaltestelle ist hier natürlich ganz schlecht weil die Busse dann nach links rüber können da fährt der erste jetzt die neue Strecke und da fahren sie mehrere und diese die da jetzt waren die fahren dann trotzdem noch da drauf ne da muss man gucken wie es läuft ne das ist hier wie auf dem rennenring ne die schnippeln hier die kurve glaubst du gar nicht ne zack durch die Mauer durch so krass naja funktioniert halt da geht das auch jetzt fahren sie alle links dieses ist jetzt weniger jetzt ist zu überlegen ob man diese Auffahrt nicht weg macht nein theoretisch ist die nicht von nöten mehr lassen wir aber erstmal so gut dann müssen wir mal unbedingt hier beim Busverkehr reingucken weil da hatten wir ja doch einige Bushaltestellen die da weg waren ne hier fährt jetzt einer noch da drüben und dann dreht der wo keine Ahnung aber hier haben wir einen dicken Stau auf diese Abfahrt ok also wo die Linie lang geht weiß ich dann auch nicht sollte man überlegen die nochmal wegzunehmen ne da da lang geht ja gar nicht oder da wird sie lang fährt da lang oh das sind wirklich wahnsinns lange Linien ne sollte man nochmal überlegen was man da ändert tja also das die Bushaltestelle jetzt da hinten so lang geht ne diese Nase hier die finde ich schon cool hier ist ja eine Autobahn da auch hier geht die N1 über geht dort runter und dreht da um und fährt da lang ist hier eine Bushaltestelle irgendwo dass der da lang fährt das macht ja keinen Sinn oder? hier geht nicht mal Autobahn hier kann man nicht drehen oder wie sehe ich das? hier ist aber auch nirgends eine Bushaltestelle hier ich glaube wir reißen einfach mal das hier weg die freuen sich jetzt gerade nicht ist klar da hält auch keiner mehr an die weg und dann kommt schon mal der nicht mehr daher gefahren ich glaube wir machen die alle erstmal hier weg die hier irgendwo lang fahren ne andersrum so rum drehen da lang gucken der fährt jetzt wo lang? bis hier hinten lang? Autobahn technisch da rum da lang fährt da lang fährt da lang und das ist erstmal weg jetzt haben wir hier noch welche die kommen hier lang weg machen wir erstmal alles weg und setzen die neu okay so geht das ja gar nicht oder? wir müssen nur mal nur die ganzen Haltestellen sehen wo die sind die weg hier oben wo dreht die? hier durch das Dreieck? ne der fährt sogar hier lang boah wo kommt die denn her bitteschön weg 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 wo sucht sich diese Strecke? na echt das ist krass oder? hier muss es irgendwo eine Bushaltestelle geben das würde da eigentlich nicht rein fahren oder? ne hey der dreht da wieder da gibt's ne Haltestelle boah also ich weiß nicht wo die her kommt kommt die von dem Busbahnhof da hinten hier ist erstmal eine die kommt auch weg schon ist hier weniger los das hatten wir gerade eben hier ist nur was hier ist ein riesen Stau hier ist ein riesen Stau wo kommt die her? hier da dort 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 Da ist ne Bushaltestelle. Lassen wir alle weg. Jetzt ist die immer noch da, ne? Da ist was, da ist eine. Da ist auch noch einer. Okay, der dreht hier jetzt wohl. Dann ist da noch einer. Jetzt ist die weg. Ich glaube, wir machen die alle weg. Alle Bushaltestellen weg und bauen die neu auf. Das ist ja ein Wirrwarr hier. Das geht ja gar nicht, ne? Ich glaube, da waren wir schon überall. Da gibt es keine Bushaltestellen. Da ist jetzt keine. Da gibt es eine. Da ist einer. Ja, bleibt nichts anderes über, wie alle abzumachen. Ich weiß nicht, wo die Strecken lang gehen. Da ist auch einer. Noch einer. Ja, wir fahren es immer nur lang. Das wäre aber keine Haltestelle. Da ist was. Hier irgendwo. Da ist einer. Weg. 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 Die müssen nur woanders schon drehen können eigentlich, oder? Hier muss nur eine Haltestelle irgendwo sein. Da ist sie. Aber die war es auch noch nicht. Okay, da ist ja auch der Umstieg von der einen neben mir zueinander, ne? Ist klar. Die waren da wieder zurück. Da ist einer. Ist da noch einer? Ja. Jetzt ist hier erstmal weg die Linie. So. Der dreht da, fährt da lang. Ich denke, auch das ist das. Das machen wir weg. Das ist einfach sinnig momentan. Einfach neu alles anlegen, egal wo. So. Da gibt es noch eine Bushaltestelle. Oder Linie. Da nicht mehr. Da auch nicht mehr. Öffentlichen Nahverkehr wird gerade ausgelöscht. Kommt aber wieder kein Ding. Da ist noch einer. So. Die sind dann alle mies drauf. Ist klar. Das ist nur eine Wenderschleife. Da ist eine Bushaltestelle. Und. Wo ist die hier? Da. Dort ist auch eine. Die ist immer noch da. So. Die ist schon mal weg. Hier in dem Wohngebiet. Ist eine Linie. Und die läuft auch ziemlich gut, glaube. Die können wir lassen. Die braucht hier eigentlich noch eine Linie. Da. Da müsste eine hin. So. Dann können die da umsteigen. Passt. Die können wir lassen. Jetzt haben wir hier noch was. Die geht auch über sonst wo lang. Die weg. Hier ist noch einer. Auch weg. Gut. Da auf der Linie sehe ich keine. Hier vorne ist sie. Und da ist auch noch einer. Die ist dann auch weg. Da ist sie. Und schon ist die ganze Linie auch weg. Das müssen wir dann auch noch aufbauen. Äh. Das war die, die schon gut war. Hier ist noch was. Die fährt durch das Wohngebiet durch. Die wäre aber okay so. Ja. Die fährt bis dahin. Die ist in dem Wohngebiet. Da kann die auch erstmal bleiben, denke ich. Gut. Hier haben wir noch eine. Die fährt aber hier auch nur drinnen rum, oder? Im Kreisverkehr dreht die. Das ist auch okay. Hier ist eine. Nun kommt die. Ne, die dreht da. Das ist also auch da angeschlossen. Die kommt aber hier hinten noch lang, ne. Aber ich glaube, das ist... Ja, weiß ich jetzt nicht, wie weit die zusammenhängt. Macht vielleicht nicht ganz so viel Sinn hier hinten. Machen wir mal weg. Da auch. Da auch. Da weg. So. Ich glaube, die dreht da, ne. So, jetzt ist die von da hinten weg. Diese hier passt. Ist erstmal gut. Ja, die kann man lassen. Ja, jetzt ist der Fall. So, hier ist auch noch was. Aber das... Werden wir definitiv in der nächsten Folge machen. Denn diese ist schon verdammt lang geworden. Ja. Bus Linie müssen wir nächstes Mal noch mal dran erarbeiten. Ich bedanke mich recht herzlich für's Zuschauen. Und würde mich freuen, dass ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.